Herzlich willkommen hier zum Digital Workplace Track. Wir haben vor der Mittagspause noch einen spannenden Vortrag von der ePro Consult. Und zwar werden uns Christine Löffler und Martin Neufahrt erzählen, wie sie bei sich in einem eher traditionelleren Unternehmen den digitalen Arbeitsplatz eingeführt haben. Und ich bin gespannt, was sie uns zu erzählen haben und damit viel Spaß. Also wir freuen uns heute zum Thema der digitale Arbeitsplatz in einem traditionellen Unternehmen zu sprechen. Mein Name ist Christine Löffler, das ist mein Kollege Marcel Neufahrt. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin bei ePro Consult zuständig für die Unternehmenskommunikation, also das heißt für die komplette interne und externe Kommunikation. Und das Ganze dafür verantwortlich bin ich auch schon eine ganze Weile. Ich bin jetzt schon 16 Jahre im Unternehmen. Genau. Und vielleicht Marcel, stellst du dich auch kurz vor. Danke, Christine. Ich bin in der IT-Abteilung des Unternehmens beheimatet und habe dort verschiedene IT-Projekte betreut, so auch das Social Intranet, welches wir in den vergangenen Jahren eingeführt haben. Und bin auch generell im Unternehmen so der Ansprechpartner für Digitalisierungsfragen. Genau. Dann steigen wir auch schon direkt ein. Wir wollen als erstes ganz kurz das Unternehmen ePro Consult vorstellen und dann auch schon in unsere Reise hin zum digitalen Arbeitsplatz hineintauchen und kurz erläutern, an welchem Punkt wir stehen, wie wir da hingekommen sind, was wir für Dinge angewandt haben, um da hinzukommen. Wir geben dann auch ganz konkret Einblicke in unser System und auch einen kurzen Ausblick, was wir in naher Zukunft noch so geplant haben. Die ePro Consult gibt es seit 1949. Also wir planen seit 1949 aktuell an 14 Standorten in Deutschland und haben Büros in Österreich und in Marokko. Wir haben insgesamt ca. 370 Spezialisten und Spezialistinnen. Das sind Bauingenieure, Architekten, Landschaftsplaner, Fabrikplaner. Also alles, was irgendwie mit der Planung nicht nur von Gebäuden, sondern auch Infrastrukturen zu tun hat, das sind alles Kolleginnen und Kollegen, die hier beheimatet sind. Jährlich sind es so über 150 Projekte, die von uns geplant werden und vielleicht noch ein bisschen konkreter. Man sieht hier auch die Deutschlandkarte. Unsere Standorte sind sehr breit verteilt. Der Hauptsitz ist in Dresden und wir haben Standorte, die etwas kleiner sind mit so sechs, sieben, acht Kolleginnen und Kollegen. Wir haben aber auch größere Standorte mit 30 Kollegen und wir sind strukturiert in drei Geschäftsbereiche. Das ist einmal der Bereich Architektur und Hochbau. Da werden so all die Sachen geplant, die man sich vorstellt, die irgendwie ein Gebäude beinhalten, sowohl von der Architektur als auch von der technischen Ausrüstung, also Schulen, Hotels, alles, was dazugehört. Dann haben wir den Bereich Umwelt, Energie und Fabrikanlagen. Der beschäftigt sich wirklich mit all diesen Themen, also sei es die Landschaftsgestaltung, sei es Energieerzeugung, Energieversorgung, Industrieanlagen. Und ein auch sehr großer Geschäftsbereich ist der Bereich Infrastruktur. Da passiert alles, was mit Straßen, Gleis, Brücken, aber auch der ganzen Wasser- und Abwasserentsorgung zu tun hat. Also alles im Bereich des Baugewerbes. Und da ist es auch so, das Baugewerbe in Deutschland mit seinen rund zwei Millionen Beschäftigten hat rund 330.000 Betriebe und ist damit einer der bedeutendsten Wirtschaftssektoren in Deutschland. Aber es ist auch ein sehr traditioneller Bereich, denn es ist so, dass über 52 Prozent der Unternehmen aus dieser Branche überhaupt keine Notwendigkeit sehen, Digitalisierungsprojekte im Unternehmen einzuführen. Und da ist es bei uns schon etwas besser, dass es die Bereitschaft gibt, dank unserer IT, dank unserer Geschäftsführung, die den ganzen Themen sehr, sehr offen gegenübersteht. Und deshalb will ich auch kurz da eingehen, wie die Reise hin zu unserem digitalen Arbeitsplatz aktuell verläuft, welche Wege wir gegangen sind. Und ganz zu Beginn standen wir, ja, 2007, in dem wir ein Intranet eingeführt haben. Das wurde durch unsere IT eingeführt. Die Mitarbeiter wurden nicht gefragt, was sie brauchen, sondern ein Kollege aus der IT hat ein System entdeckt, von dem er dachte, dass das gut funktionieren kann. Und so kam es in unser System, in unser Unternehmen. Und es war aber der Wunsch der Mitarbeiter, dass sie sich schon andere Informationen wünschten. Denn das System war sehr auf die Dresdner Kolleginnen und Kollegen ausgerichtet. Und alle von anderen Standorten haben da Informationen gefunden, die für sie nicht so relevant waren oder die sie wirklich einfach nicht interessiert haben. Oder es war auch so, dass das ganze System nur von ein, zwei Redakteuren gepflegt werden konnte. Es keine Interaktionsmöglichkeiten gab. Man konnte kein Gefällt mir drücken, keinen Kommentar abgeben. Also es war wirklich eine reine Top-Down-Kommunikation. Und das war natürlich nicht mehr, 2017 dann nicht mehr so attraktiv. Also haben wir gesagt, okay, wir brauchen ein neues System. Inzwischen war ja das Intranet schon zehn Jahre alt. Und auch 2017 war es natürlich schon so, dass es relativ viele Systeme auf dem Markt gab. Wir als Unternehmenskommunikation und IT vor der Herausforderung standen, welches System ist das richtige für uns, was brauchen wir? Und haben da uns Unterstützung geholt von Real Experts. Die haben uns auf dem Weg begleitet, was für uns das richtige System ist. Und wir haben da zunächst eine Anforderungsanalyse gemacht, haben geschaut, was sind so Ziele und Anforderungen der Mitarbeiter, aber auch der Unternehmensleitung. Und haben da geschaut, okay, was wollen wir denn mit diesem System? Wir haben ein paar Ziele definiert. Unter anderem, das neue Intranet hilft uns noch besser und effizienter zusammenzuarbeiten. Wir schaffen eine Plattform, auf der wir unser Wissen bündeln. Wir finden in dem neuen System schnell alle Informationen und Dokumente, die wir für die tägliche Arbeit benötigen. Über das Social Intranet erhalten die Mitarbeiter wichtige Informationen der Unternehmensleitung. Der Austausch zu den Projekten findet nur noch in den jeweiligen Projektgruppen statt und damit auch jeder Mitarbeiter auf dem aktuellen Stand ist. Also unser Ziel war schon, dass alle Informationen, die ein Mitarbeiter braucht, dass er diese über unser Intranet bekommt. Und nachdem wir evaluiert haben, welches System das richtige wäre und wir auch noch die Anforderungen durch unsere QM-Abteilung hatten, dass alle Prozesse in dem System mit abgebildet werden sollen, fiel letztendlich die Entscheidung auf Confluence und Linchpin. Und wir haben uns entschieden, dass das für uns das beste System ist. Wir haben dann direkt im Februar 2018 unsere Mitarbeiter auch mitgenommen, haben geschaut, okay, was wollt ihr, was braucht ihr? Und haben deshalb mit Kollegen aus ganz unterschiedlichen Fachrichtungen, von unterschiedlichen Standorten, in unterschiedlichen Positionen gesprochen und haben versucht herauszufinden, was sie täglich brauchen. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt irgendwie durch die Bank weg war bei den Kolleginnen und Kollegen, immer den aktuellen Speiseplan zu finden. Also ja, so lustig es klingt, das ist das, was die Kollegen auch immer wieder sehen und wo sie auch sofort merken, wenn der mal nicht aktuell ist. So eine Anforderung haben wir natürlich auch aufgenommen und haben dann geschaut, wie wir welche Inhalte am besten in unser Infranet bringen. Und das war auch wirklich ein guter Schritt, die Kolleginnen und Kollegen direkt mitzunehmen, denn die waren dann auch immer wieder Botschafter für das System, konnten dann anderen Kolleginnen und Kollegen auch Sachen erklären. Und deshalb war dieser Schritt auch wirklich ein, wie wir finden, sehr, sehr guter für uns. Und ein Punkt, bevor wir das System auch wirklich eingeführt haben, war zu sagen, okay, was wäre denn ein möglicher Name? Also haben wir im März 2018 einen Namenswettbewerb ausgelobt. Die Kolleginnen und Kollegen konnten Namen einreichen, die sie sich für unser System vorstellen konnten. Und dann wurde abgestimmt, welcher wirklich der Favoritenname ist. Und es ist jetzt kein außergewöhnlicher Name. Es ist dann schließlich das eProNet geworden. Dafür haben wir dann auch noch ein Logo entwickelt. Und so war es, dass wir am 1. April 2018 unser eProNet einführen konnten. Unser Geschäftsführer Lutz Junge war auch so nett und hat in einem Willkommensvideo alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im System begrüßt. Hat nochmal gesagt, wie wichtig das ist, dass wir auch auf dem Weg gut zusammenarbeiten, dass alle gerne Dinge ausprobieren sollen, die es im System gibt. Hat auch nochmal mit erwähnt, dass Fragen immer willkommen sind. Wir haben dafür auch verschiedene Bereiche eingerichtet, dass jeder seine Fragen loswerden konnte. Und das war auch ein schöner Einstieg ins System. Man hat das erste Mal aufgerufen und wurde direkt von einem Video unseres Geschäftsführers begrüßt, der das System auch sehr unterstützt hat und damit schon den Weg relativ gut für uns geebnet hat. Dann ein wichtiger Schritt war zu Beginn auch, dass wir alle möglichen Hilfeformate den Kolleginnen und Kollegen zur Verfügung gestellt haben. Also es gab Hilfe-Videos, in denen wirklich Schritt für Schritt die einzelnen Funktionen erklärt wurde. Marcel Neufert war auch so nett und hat die Kollegen in Videokonferenzen geschult, hat denen genau gezeigt, wie irgendwas funktioniert, wie sie in Blogartikel anlegen, ja, all die Dinge, wie die Suche funktioniert, wie sie ihr Profil pflegen können. Das waren so die wichtigen Dinge. Und ansonsten ist es auch so, dass wir bei uns im System immer eine Anleitungsseite haben, wo man immer wieder Sachen nachlesen kann. Wir hatten dann, nach einem Jahr haben wir gesagt, okay, wie wird denn das System gerade angenommen? Klar, wir haben immer wieder mit Kolleginnen und Kollegen gesprochen, aber wir wollten das auch noch ein bisschen, ja, auf einem größeren Fundament haben und haben deswegen nochmal Re-Experts gebeten, mit einigen Kolleginnen und Kollegen Interviews zu führen, um auch gezielt abzufragen, wird denn all das gefunden, was die Kollegen suchen oder wünschen sie sich andere Funktionen? Und ein Ergebnis aus dieser Befragung war es dann, dass wir gesagt haben, okay, bei der Startseite müssen sich noch ein paar Dinge verändern und auch das Menü können wir nochmal überarbeiten. Und auch in diesem gleichen Zuge haben wir gesagt, okay, wir führen auch bei uns die App ein. Und das sind auch Sachen, also gerade auch die Überarbeitung der Startseite oder des Menüs sind Sachen, die man sehr, sehr einfach im System verändern kann und immer wieder schauen kann, was sind so Wünsche der Kolleginnen und Kollegen. Bei uns war es so, wir hatten zum Beispiel im alten System immer so an der Seite letzte Beiträge. Das war was, was auch wirklich explizit ein Wunsch der Kolleginnen und Kollegen war, zu sehen, okay, wo wurden überall Beiträge veröffentlicht? Also haben wir das auch neu ins System dann mit übernommen, genau, oder ja, die anderen Punkte, die ich schon erwähnt habe. Und um auch wirklich das jetzt noch ein bisschen plastischer darzustellen, gehen wir auch jetzt direkt mal in unser System. Also ich übergebe jetzt an meinen Kollegen Marcel, der direkt im System Einblicke gibt und die ein oder andere Funktion erläutert. Ja, vielen Dank, Christine. Du hast direkt die Startseite schon erwähnt und mit der würde ich auch gerne anfangen wollen. Wir sehen hier einmal die Startseite von unserem Ipronet und haben hier oben prominent diese vier Kacheln mit wirklich wichtigen Informationen aus den zentralen Bereichen. Das heißt, die Abteilung Unternehmenskommunikation, die IT, der Einkauf, das Personalwesen, Qualitätsmanagement, kann hier Nachrichten posten, die wirklich für alle Mitarbeiter eine Relevanz haben. Rechts daneben haben wir fünf, ja, Verlinkungen eingebaut zu statischen Inhalten. Das heißt, das sind teilweise externe Seiten, teilweise interne Confluence-Seiten mit Informationen, die auch für den Arbeitsalltag einfach eine hohe Relevanz haben und deswegen auch prominent auf der Startseite mit hinterlegt sind. Im unteren rechten Bereich haben wir den ersten individuellen Bereich eingefügt. Das sind meine Nachrichten. Das heißt, hier können sich die Mitarbeiter über den Button alle Bereiche anzeigen lassen, die das Ipronet bietet und können sich hier die Blogartikel aus den Bereichen abonnieren, die sie wirklich persönlich interessieren und bekommen das dann in der Listenansicht hier einmal mit angezeigt. Wenn wir einmal die Startseite einmal weiter runter scrollen, haben wir in der Mitte die Spalte noch einmal reserviert für Nachrichten aus dem Personalwesen. Auf der rechten Seite haben wir Nachrichten ihres Standortes. Die sind ja an den Standort des Nutzers, der im Profil hinterlegt ist, geknüpft. Das heißt, hier hat jeder eben in Dresden die Nachrichten aus Dresden, in Wiesbaden die aus Wiesbaden und in Hamburg die aus Hamburg zur Verfügung. Und weiter drunter nochmal alle Nachrichten, was Christine auch schon erwähnt hatte. Wir haben hier einfach nochmal aus allen Bereichen einfach übergreifend nur kurz die Überschriften von allen Blogartikeln aus allen Bereichen zusammengefasst. Spannender Bereich ist auch die linke Hälfte hier, unser sogenannter Projekt-Stream. Den schauen wir uns an der Stelle noch einmal genauer an. Hier kann man ja wirklich eine kurze Info über laufende oder abgeschlossene Projekte geben, direkt aus dem Arbeitsalltag heraus. Es ist ja wirklich schnell und einfach möglich, ohne weitere Berechtigung oder andere Hürden, hier einfach einen kurzen Beitrag zu erstellen, was auch wirklich sehr gut ankommt bei den Mitarbeitern. Hier gibt es sehr viele Beiträge, die eine hohe Resonanz haben und hier findet halt auch wirklich ein hoher Grad an Interaktionen statt. Als nächstes schauen wir uns einmal einen Fachbereich an. Wir gehen jetzt auf die Seite von einem Fachbereich, der standortübergreifend und gewerkeübergreifend agiert. Das ist der Bereich BIM. Und hier sehen wir die Startseite des Bereiches. In der Mitte kommen wir nennen die Nachrichten, die Blogartikel, die jetzt dem Bereich BIM zugeordnet sind. Wir sehen rechts die Ansprechpartner und die wichtigen Termine. Und auf der linken Seite haben wir den Seitenbaum, der quasi die klassische Wiki-Struktur von Confluence abbildet und einfach sich sehr gut für Wissensdatenbanken eignet. Das ist hier einfach die strukturierte Ablage von Informationen, die dann auch über die Suche sehr gut durchsuchbar sind. Ein weiterer Punkt sind die Termine. Hier ist ein Makro eingebaut, womit die Terminplanungen wirklich auch direkt im Intranet durchgeführt werden können. Das heißt, man kann sich hier die Termine anschauen, sieht die Details, kann sich dazu anmelden. Und diese später dann auch in unseren Outlook-Kalender oder anderen auch mit übertragen. Jetzt haben wir natürlich gesagt, ja, zentral jetzt digitalen Arbeitsplatzes. Das ist eine Hauptanforderung mit gewesen, dass wir ja irgendwie auch andere Systeme mit einbinden in unser Intranet. Und da ein ganz wichtiges Feature ist das Launchpad. Das sind rechts diese kleinen Symbole, die wirklich auf jeder Seite auch immer an derselben Stelle verfügbar sind. Und wenn wir uns die einmal anschauen, hat man hier verschiedene Tabs. Einerseits kann man sich hier Seiten abspeichern, die man einfach oft benötigt. Oder Artikel, die man später nochmal lesen möchte. Ich kann meine Kontakte hinterlegen, einfach Leute, mit denen ich oft Kontakt habe. Und finde meine Apps. Hier kann ich auch nur selbst konfigurieren, was angezeigt wird. Und finde hier verschiedene Absprungpunkte. Beispielsweise die App Bestellanforderungen. Da kommen wir einfach auf die Confluence-Seite von der Einkaufsabteilung. Und haben hier dann eine kurze Übersicht, Ansprechpartner. Und sehen dann unten die möglichen Bestellkategorien, die es gibt. Und unten drunter haben wir auch immer nochmal eine Kurzanleitung mit hinterlegt. Das heißt, dass diese Informationen hier zentral gesammelt sind. Und jetzt schauen wir uns das einmal an. Wenn wir beispielsweise neue IT-Hardware bebrauchen, wählen wir dann die Kategorie IT-Hardware aus. Und werden direkt in den angeschlossenen Jira-Service-Desk verknüpft. Und können dann hier die Bestellung in Form von einem Ticket auslösen. Weiter geht dann der Prozess natürlich dann im Jira-Service-Desk, wo dann der Einkauf Zugriff hat. Und die Bestellung weiterhin bearbeitet. Eine weitere Verknüpfung, die wir auch mit unserem ePro-Net eingebaut haben, ist zum SharePoint Online. Beispielsweise, wenn ich jetzt Informationen zu unseren Referenzprojekten suche, nehme ich einfach einmal die globale Suche zur Hand, gebe ich die Referenzen ein und komme auch direkt auf die Seite, wo die Referenzblätter hinterlegt sind. Und habe dann hier wieder allgemeine Informationen zum Prozess, Anleitung, zur Bedienung und den Absprungpunkt natürlich die Verlinkung zum SharePoint Online, wo dann die Daten tatsächlich liegen und anlogbar sind. Das heißt, die Kernfunktionalität an der Stelle liegt hier halt an dem externen System im SharePoint Online oder wie auch gerade eben gesehen im Jira-Service-Desk. Aber die Informationen rundherum, die sind im ePro-Net zu finden. Und das ist erst mal die erste Anlaufstelle, zumindest wenn man auch nicht weiß, wo jetzt genau die Informationen liegen. Last but not least, natürlich eine Kernfunktionalität eines Social-Intranets sind natürlich die Profile. Und da rufe ich einmal mein Profil auf. Und wir sehen hier auf der linken Seite direkt diese allgemeinen Felder, die ja aus dem Active Directory synchronisiert werden. Und wir haben aber auch auf der rechten Seite individuelle Felder, Expertise und Fachwissen und Interessen und Hobbys. Diese Felder können von jedem selbst editiert werden und auch freiwillig befüllt werden. Und diese ganzen Kompetenzen sind auch durchsuchbar. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden suche, der sich mit Typo 3 auskennt, gebe ich einfach die Kompetenz Typo 3 in der Suche ein. Und da kommt direkt die Christine als Ergebnis. Ich kann draufklicken und habe direkt ihr Profil aufgerufen und kann sie per Mail, Telefon oder persönlich in ihrem Zimmer kontaktieren. Genau. Das soll es an der Stelle auch erst einmal mit den Einblicken direkt in unser System gewesen sein. Jetzt stehen wir natürlich vor der Herausforderung, diese Zentrale des digitalen Arbeitsplatzes weiter auszubauen. Das ist natürlich einerseits der Punkt, wir wollen das Ganze tiefer integrieren. Das heißt, auch für das Microsoft 365 ist da zum Beispiel gerade ein wirklich großer Schwerpunkt. Da sind wir dabei, das gerade zu prüfen. Inwieweit ist es sinnvoll, das überhaupt zu integrieren? Welche technischen Möglichkeiten gibt es da? Und wie gut oder schlecht funktionieren diese aktuell? Und damit einhergehen dann auch die Ausbau des unseres Iconets hin zu einer Projektplattform für auch unsere operativen Bauvorhaben und unsere Planungsprojekte, dass wir da wirklich eine zentrale Austauschstelle für Informationen haben, wo einfach alles gebündelt an einem Ort liegt und dann die Absprungpunkte noch tiefer integriert werden in die anderen Systeme. Ein anderes Projekt, was wir intern auch noch angehen mit dem Personalwesen, ist der Onboarding-Prozess für neue Mitarbeiter. Hier wollen wir quasi einen kleinen Leitfaden den Mitarbeitern an die Hand geben in Form von einer Checkliste, die man einfach abarbeiten muss von neuen Mitarbeitern, die kommen. Zum Beispiel den Kuchen backen für das Team, sodass dann jeder Mitarbeiter auch einen Mentor an die Hand bekommt und diese Checkliste einfach abgearbeitet werden kann und jeder auch immer über den aktuellen Status da informiert ist. Ja, Christine. Das vielleicht nochmal zusammenfassend. Wir sind ein Unternehmen, was es schon über 70 Jahre gibt. Wir sind jetzt nicht das klassische agile Unternehmen und trotzdem haben wir es geschafft, bei unserem System ein Intranet einzuführen, das auch gut genutzt wird. Sehr gut, würde ich jetzt nicht sagen, weil es gibt immer noch Potenzial nach oben, dass die Kolleginnen und Kollegen da noch aktiver werden. Für uns war auch so ein Aha-Erlebnis, dass wir gemerkt haben, es ist immer wieder gut, Kolleginnen und Kollegen auch direkt mit an die Hand zu nehmen. So nenne ich es einfach mal. Wenn man Kollegen hat, die vielleicht nicht so affin sind mit allen neuen Medien oder neuen Programmen oder wie auch immer, war es für uns immer schön, den Kollegen einfach direkt zu zeigen, wie irgendwas funktioniert. Und dann hat man schnell die Begeisterung geweckt. Also für mich ist es immer wieder der Projekt-Stream, vor dem erstmal viele Angst haben, die gesagt haben, okay, naja, es dauert doch jetzt ewig, bis ich hier mein Projekt reingestellt habe. Wenn sie dann aber das einmal gemacht haben und sehen, dass es wirklich keine fünf Minuten dauert, indem sie einfach ihr Projekt vorstellen können. Und wenn dann die Kolleginnen oder Kollegen merken, wie die anderen Kollegen gefällt mir drücken oder einen Kommentar abgeben, sind sie gleich wieder viel begeisterter dabei und nutzen das System natürlich intensiver. Also das vielleicht nur so noch als kleiner Hinweis. Ansonsten stehen wir gern für Fragen zur Verfügung. Wir haben hier auf der Seite unsere Kontaktdaten, sind gern per Telefon zu erreichen, per E-Mail oder auch über LinkedIn. Also je nachdem, was wie gewollt ist. Kommt gern mit uns in Kontakt. Wir freuen uns auf den Austausch. Genau. Und vielen Dank. Dankeschön. Danke, Christine. Danke, Marcel, für den Vortrag. Wir haben auch Fragen von den Zuschauern bekommen. Und zwar Dennis Erdmann fragt, verstehen die Kollegen das Eigenmanagement der News? Also stellen die Kollegen sich individuelle Newsinteressen ein? Oder was ist eure Erfahrung? Lesen dann doch alle alles? Also, ja, ich fange vielleicht mal kurz an. Es ist so, dass die Kollegen schon verstehen, dass es das gibt, dass sie sich selber Nachrichten abonnieren können. Unsere Erfahrung ist aber leider doch, dass es relativ wenige nutzen. Also es gibt auch Kolleginnen und Kollegen, von denen wir immer denken, boah, die sind da affin. Selbst die nutzen es nicht. Also wenn man dann doch mal bei denen am Rechner irgendwie mitschaut, sieht man, dass die da irgendwie sich nichts abonniert haben. Es gibt ein paar, von denen wir genau wissen, dass die das abonnieren. Die nutzen das dann gut und verstehen den Sinn dahinter. Also die es nutzen, die lieben es auch quasi. Aber es ist tatsächlich wirklich so, dass bei Weitem nicht alle es nutzen. Also eher wenig, würde ich jetzt fast sagen. Genau. Die das wirklich nutzen. Und genau die andere Frage, lesen irgendwie alle alles? Also das ist auch so ein Punkt, weshalb wir bei uns im Bereich eingeführt haben. Der heißt Alle Nachrichten. Das war wirklich ein Wunsch der Kolleginnen und Kollegen, dass die einfach auch wissen wollten, ob irgendwie in anderen Bereichen ein neuer Beitrag aufgetaucht ist. Und da haben wir dann eben schon gemerkt, dass zum Großteil die Kollegen wirklich alles lesen. Trotzdem gibt es auch immer wieder welche, die sagen, nee, das habe ich jetzt nie gelesen, dafür habe ich keine Zeit. Also das ist so ein bisschen immer wieder unterschiedlich. Aber ich denke schon, dass der Großteil irgendwie dann schon die Hauptnachrichten und die Dinge komplett liest. Ja. Dann haben wir noch eine Frage von Bettina Marquardt. Für was wird der Service Desk denn alles genutzt? Wir haben den Service Desk bei uns hauptsächlich in den zentralen Bereichen im Einsatz. Also angefangen hat es ganz klassisch mit dem IT-Support. Also wenn jemand eine Anfrage an die IT hat, soll das über den Service Desk passieren. Hardware, Softwareprobleme, Installationen, all sowas darüber kanalisiert. Dann haben wir angefangen, die Abteilung einkaufen und mit reinzunehmen. Das heißt, Bestellungen können darüber getätigt werden. Von Software, von Hardware, von Büchern, von Fachliteratur, von alles, was halt irgendwie im Unternehmen beschafft werden muss. Arbeitskleidung für die Baustellen, sowas, dass wir das über ein Ticketsystem abbilden. Und im Bereich Qualitätsmanagement haben wir das auch noch eingeführt. Wo es dann darum geht, für Audits Abweichungen zu tracken, dass man da so eine kontinuierliche Verbesserung hinbekommt. Also wir sind dabei, den Service Desk immer weiter auszubauen auf die Einheiten in den zentralen Diensten, die quasi irgendwie die operativen Bereiche unterstützen. Also für alles Mögliche, wo Support irgendwie im Unternehmen benötigt wird. Ich habe noch eine Frage, und zwar Power-User, Multiplikatoren. Haben sich da Kollegen herauskristallisiert, die euch dann in der Hinsicht unterstützt haben, auch Akzeptanz im Unternehmen für das neue System zu schaffen? Oder wie habt ihr das organisiert? Ja, also wir hatten ja erwähnt, wir haben den Workshop gemacht im Vorhinein, vor der Einführung des Intranets. Und dort hatten wir aus ganz verschiedenen Bereichen Kollegen mit dabei. Und die haben sich dann auch, ja, die haben wir weiter behalten, haben wir ins interne Projektteam mit, sind aber ins erweiterte Projektteam mit eingezogen. Und die haben dann auch tatsächlich von uns halt immer so ein paar Sachen bekommen, die wir mal gezeigt haben, die die dann einfach weitergetragen haben in ihre Standorte, in ihre Abteilungen und das den Kollegen gezeigt haben. Also da haben sich einige herauskristallisiert. Aber es gab auch im Nachgang dann wiederum Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht bei dem Workshop nicht dabei waren, die aber dann irgendwie größeres Interesse gezeigt haben. Und da hat man schon gemerkt, wenn man die einfach irgendwie mitgenommen hat, denen Sachen erklärt hat, haben die das wirklich auch gut weitergetragen. Also das haben wir auch immer wieder gemerkt, so dieser direkte Kontakt und Kollegen was zeigen, dass das nochmal das Ganze wirklich unterstützt hat, als einfach nur im ePro-Netz zu zeigen, guckt, ihr könnt das so und so machen. Wenn man das direkt einmal mit Kolleginnen und Kollegen besprochen hat, haben die das wirklich noch viel, viel besser weitergetragen und dann auch genutzt. Ja. Noch eine ganz andere Frage. Hat sich das neue System irgendwie auf das Miteinander ausgewirkt? Also das Analoge oder das Zwischenmenschliche, gab es da Veränderungen in der Kultur oder lief einfach alles weiter wie bisher? Habt ihr da irgendwelche Erfahrungswerte dazu? Also es ist schon so, dass sich meiner Meinung nach schon ein paar Dinge in der Kultur etwas verändert haben, weil das, was ja auch am Anfang die Herausforderung war, war, dass wir ein System hatten, was immer nur vom Standort Dresden gesteuert war und wir aber immer mehr Niederlassungen hinzubekommen haben. Da war es einfach schwer, dass die Kolleginnen und Kollegen untereinander wussten, was Werk gerade macht, an welchem Projekt er gerade arbeitet. Klar gibt es Kollegen, die über die Standorte hinweg zusammenarbeiten, aber nicht jeder weiß immer, an welchen Projekten zum Beispiel der Standort in Senftenberg arbeitet. Und damit haben wir, dadurch, dass wir den Projekt Stream eingeführt haben, das war ja auch was, was wir gezeigt haben, dass einfach jeder Kollege, jede Kollegin kurz ein Projekt posten kann und einfach zeigen kann, guckt, wir haben gerade das Projekt fertiggestellt oder hier war gerade eine Bauabnahme oder dies oder das. Das steigert schon so ein bisschen eine Wertschätzung untereinander, dass man einfach noch mehr weiß, was die anderen machen und das dann auch wiederum mal wieder Auftraggebern oder wie erzählen kann. Also das ist ein Punkt, den wir festgestellt haben, der sehr, sehr schön ist, dass man einfach mehr im Miteinander ist, trotz dass man an verschiedenen Standorten ist. Also das ist ein Punkt, der sich da verändert hat. Es ist jetzt nie die Riesenkulturveränderung. Ich glaube, das passiert auch eher wirklich in kleinen Schritten. Aber dafür war es schon wirklich sehr, sehr gut. Welche Rolle schreibt ihr den Führungspositionen zu bei so einem Intranet-Projekt? Sind die so wie jeder andere Mitarbeiter, wenn es darum geht oder habt ihr schon den Eindruck, dass die eine besondere Stellung einnehmen sollten? Ja, dadurch, dass ja unser Unternehmen halt auch so eins ist, was ja doch sehr hierarchiegetrieben noch ist oder wo viele Hierarchiestufen bei uns noch sind, haben wir gemerkt, dass es wirklich notwendig gewesen wäre, an der Stelle noch mal noch mehr mit einzubeziehen. Genau, also das ist schon ein Punkt, was bei uns immer wieder auffällt. Also wir haben Teams, bei denen funktioniert das super. Das wird ganz, ganz aktiv genutzt. Und da ist es aber wirklich so, dass die, ich sage es wirklich mal, Vorgesetzten in dem Fall eine Vorbildwirkung haben und das schon ein bisschen mehr vorantreiben. Und da sieht man auch, dass da mehr in dem System funktioniert. Das ist wirklich schon so eine Erkenntnis, bei der ich jetzt auch im Nachgang sagen würde, hätten wir vielleicht zu Beginn, also wir haben schon erkannt, dass es wichtig ist, die mit reinzunehmen. Deswegen haben wir auch explizit in dem Workshop zum Beispiel Kollegen aus der Geschäftsleitung gehabt oder Niederlassungsleiter, die noch mehr mitzunehmen und da einfach zu animieren, wäre schon noch gut gewesen, weil das hat schon bei vielen irgendwie Auswirkungen, weil viele können sich dann immer noch zurückziehen und können sagen, oh, jetzt hatte ich keine Zeit, das zu nutzen oder das habe ich mir jetzt nie angeschaut. Wenn man aber merkt, dass die Vorgesetzten sagen, na, habt ihr das und das schon im E-Pro-Net gesehen, ist das immer noch mal was anderes. Also das ist ein schwieriger Schritt, da immer alle mitzunehmen. Ich glaube, man wird auch nie das schaffen, dass irgendwie alle Vorgesetzten den Sinn erkennen, gerade, ich glaube, das ist dann ab und zu doch noch ein Altersthema, wer irgendwie kurz vor der Rente steht und sagt, jetzt muss ich hier was ganz, ganz Neues meinen Kollegen weitertragen. Klar, ist auch eine Typsache, aber wer da nicht die Affinität hat, den wird man, bin ich jetzt mal, denke ich, wirklich von überzeugt, nicht mitgenommen kriegen. Genau. Genau. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ein Punkt, dass man sagt, also wenn wir es nochmal angehen würden, dann müsste man die, würden wir auf jeden Fall die Vorgesetzten doch deutlich mehr damit einbeziehen in die ganze Zeit. Ja. Vielen Dank für diese Infos, auch für die Learnings, die wir jetzt noch im Nachgang besprochen haben. Ich gehe davon aus, ihr beide steht auch noch zur Verfügung, falls im Nachgang noch weitere Fragen auftreten. Glaube sich. Und ansonsten vielen Dank an euch beide, vielen Dank an alle Zuhörer. Hier geht es weiter in dem Digital Workplace Track um 14 Uhr, das heißt, wir haben eine etwas längere Pause und ich hoffe, ihr zwei habt noch Spaß, alle Zuschauer haben auch noch Spaß heute und nehmen interessante Impulse mit und damit verabschiede ich mich in die Pause. Dankeschön. Dankeschön. Danke euch. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.